ja schon wieder in der aufnahme gesprochen jetzt werden wir eine runde privat spielen ich killer und die anderen drei das wird ein desaster das glaube ich dir ich bin totem von hier in der maschine er ist fallensteller das hinter uns eine falle deswegen ich wollte gerade sagen vom ja ich dachte auch nicht dass du von flicks kommt mann alter hat es noch bei dir und denn mann und er auch ein Willst du mich verarschen? Ja, pfff! Jo, danke der Nina! Was? Was war das denn? Was war das denn? Hi! Wie geht's denn so? Ich renne mal hinterher, ja! I'm a man! Er will, er will mich cockblocken, ja! Er will mich sendbacken! Ja, ich will dich nicht blocken! Ah, was? Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Warum nimmst du nicht ihn, Mann? Ja, Junge, hättest du ihn hinterher rennen können? Was für ein Arschloch, ernsthaft? Er hat Erregung, ne? Er hat Erregung... Nicht du, Mann! Wer redet von dir, du Kackbratze? Ich... Oh, shit! Renn genau auf ihn zu, alter! Nein! HAAAHA! Kackbratze! Hahaha! Ich... Kannst mich heilen? Oh mein Gott, Danny S belegt's! Nein, bei deinen... Bei Danny S belegt das ja richtig! Ah! Danny läuft halt! Okay, tschüss! Danke! Ich wusste irgendwie... Ich wusste es halt, hat das... Dude, why are you not... Please, help me! Halt die Fresse! Help me everyone, Kenobi! You're my only hope! Ich geb dir der Mann ne Hoffnung! Wieso bin ich verletzt? Ähm, addon, addon! Oh! Sneaky boy! Ach, komm! You made your own choice, Danny! Halt die Fresse! Ich weiß das! Mein Mann, jetzt bringt mein... Brustkorb, alter! Ach, Everett, was geht ab? Ja, wie geht es dir, Sir? Ich... Ich würde gerne... mit Ihnen handeln, wenn es gehen würde. Ich möchte meinen Rücken behalten! Nein! Böse... Nein! Wie du so an der Sache rangehst, kriegst du keinen Rücken mehr! Mein Rücken ist überhaupt gar nicht gelegt! Meine Rücken... Mein... Mein... Machen Sie sich selber scharf! Ah, warte! Jemand muss verletzt sein! Ich möchte jemand anderen heilen! Just for fun! Ich bleib einfach mal verletzt! Oder... Ah! Ich... Au! This is... This is... This is... This is Superman! This is Superman! Hi, Bonnie! Hi! Kein Abspiel! Finger verwirrt, hallo! Warum bist du verwirrt? Ach, müssen ruhig, ich bin ne Birke! Ach, du musst ne Birke, komm mal her! Nein, ich dachte... Du hör mal die Tür, der ist ungeschubbt! Nein, nein, bitte töte mich nicht! Ich bin tot! Gib mir noch... Ach, du bist tot? Okay, warte, 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 halt! Nein, gib mir noch... Nein, nein, nein! Gib mir noch... Du bist tot, ey, du bist tot, ey! Du bist tot, ey! Ah! Warte! Ah! Pass auf! Jetzt... Jetzt ist wieder mein Rücken! Ja, Mori! Er hat Mori an ihn aufgewandet! Habe ihn gemorrit! Aua! Habe ihn gemorrit! Habe ihn gemorrit! Lauf einfach rein, Danny! Deaktiviere die Falle mit deinem Fall! Ah! Funktioniert auch besser! Das hat sich super gelohnt, ey! Ich weiß! Du hättest einfach weiterlaufen können! Das wird er natürlich noch sehen! Ah, Scheiße! Das ist ja... Jetzt weiß ich, warum das Teil jetzt nicht aktiviert ist! Das ist ja... Ach, Scheiße! Oh, Scheiße! Mann, ich wollte es teipen, warte mal, lass mich bitte, lass mich, warte, lass mich bitte, lass, hörst du mal auf, Mann? Alter. Warte, hängst du schon zweimal? Ich glaube mal, ich weiß nicht. Wo sieht das aus? Okay. Jetzt hängst du zweimal. Hm, seh ich. Dein Rücken wird genauso gut aus wie meiner. Nee, besser als deiner, ganz sicher. Oh, come on, man. Und mein Fuß, oh Gott, ey. Heil! Heil, hallo? Nein! Kein Heil für dich. You're already a dead man. Alles klar. Betrifft deine Wahl, ist ein Fuck. Der ist wirklich fies. Statt der Traber. Hm, schlappiger Schlacht ist auch so mies. Er wird halt die Schnurse. Oh, komm. Ah, okay. Wunderschön. Der Weinkeller, der alle, der alle voller Wein. Alles voller Wein. Der voller Wein. Der Weinkeller ist besser. Da gibt es Ru... 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 Ruut. Oh, ne, das ist der... Der, der, der blau-weil... Oh, hey, Danny! Geh weg. Danny! Halt die Fresse, Thomas. Du bist tot. Tote haben keine Rechte zu reden. Rettig. Tote haben keine Rechte mehr zu reden. You fucking... Hier, bitte. So, Danny, damit hast du dein Todesurteil bestätigt. Triff deine Wahl jetzt doch mal an. You made a horrible decision, Danny. You made it. Ja, ich geh dann mal. Bitte, Kamera los. Hä, warum... Warum geht der Perk dann nicht? Das ist unfair, Alter. Lass mich bitte. Nein, hör auf, Mann. Ich wollte was probieren. Ich wollte den scheiß Perk probieren, Mann. Der Perk ist genauso wie Boborow-Time. Nein. Ich weiss! Bitte auf. Okay, für wohl für die Aufnahme. Nein! Lass ihn leben! Der ist ja nicht mehr, der Mist da. Mach doch. Der gemeint ist ja nicht mehr. Der ist ja nicht mehr, der Mist da. Okay, so. Warte, 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 warte. Hast du ja recht, warte. Warte, warte, 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 häng hier einmal, ne? Warte, schenken wir den eben auf? Nein, ich bin sonst tot. Ne, er ist tot, er ist sonst tot, er ist sonst tot. Achso, der ist ja schon gestruggelt. Richtig. Kannst mich bitte mal hochnehmen? Ja, ich soll, ich muss doch nicht hochnehmen. Hochnehmen, hochnehmen. Ah, lol. Lass mich kurz... An sich hätte ich jetzt aber schon easy geräumt. Wenn man unverspricht. Mach'n Generator, Bonny. Nein, mach'n schmier. Geh weg. Aha, dieser Perk, meinst du? Hm. Okay, jetzt bist du erst recht tot. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Wo sind die Kackpaletten hier? Junge, was ist das für ein Scheiß-Map, Mann? Wer hat die Kack-Map ausgesucht? Thomas, du wahrscheinlich. HALT DIE FRESSE, LASS MICH! AAAAAAAAHHHHH! HALT DIE FRESSE, ERNSTATF, THOMAS, ELTA! Wer so scheiße spielt, da als er verstirbt! Ey, komm schon, ey, was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, an wen ich Gerache auslassen soll. An Thomas oder an Freddy? Nein! Ja, guck dir, Freddy, guck dir mal die Perks an, ernsthaft! Was für Perks? Zeig mal. Alter, ich könnte es Gott sei Dank sein. Der hat selbst Pflege, ja, okay. Nicht meine Perks, Mann! Deine! Ja, okay, meine sind auch Legend, ja. Eigentlich sind Freddy's Perks eigentlich solid. Er benutzt, ja, Flipflop. Danke, dass du ihm beistehst, Thomas! Der hat immer stärke Perks. Es sind super... An einigen Punkten sind sie sehr gut. Doch sie... Halt lieber deine Fresse, Thomas! Ich will dich nicht mehr hören! Halt deine Fresse! Okay, Freunde, bis zum nächsten Mal. Das war eine schöne Runde. Bis zum nächsten Mal. See you! See you! Bis zum nächsten Mal.